Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Her Story. Ich entschuldige mich in der letzten Folge, weil leider keinen Mauszeiger zu sehen. Ich nehme jetzt Frapster, sieht man einen Mauszeiger. Wir haben ja schon einiges rausgefunden, aber ich will sehr gerne wissen, wer ist Eve? Es gibt sieben Einträge zu Eve, okay. Ist sie, ist die andere Person Eve? Wer ist Eve? Well, mein Freund Eve. Okay, eine Freundin. I mean, she was a friend from when I was a kid, and she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, we really hate her sometimes. Okay. Yes. We'd fight. We fought on the beach once, and I held Eve's head underwater. Wie in dem Lied? There was no one else around, it was at the far end of the beach, and I held her head under, and I kept it out. And for a moment, I just wanted to kill her, and watch her drown. But that was it. It was just a moment. We were made up afterwards. It was a love-hate relationship. Aha. Wer ist sie denn dann, wenn sie nicht Hannah ist? A police station. Yeah. When I was young. We ran away on my birthday. Bob Dylan was playing in London, and we thought we could break into his tour bus and have him take us with him. The taxi driver, we paid to drop us off. I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So, they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mom got me off in the station. But, I've gained everything on my friend Eve. So my parents let me off. Wer ist Eve? Gibt es Eve wirklich? Oder ist Eve so eine imaginäre Freundin vielleicht? Guck mal, warte, da kommt mir Eve. Hä? Aber sie hat doch gesagt, sie heißt Hannah. Die Mutter hat sie Eve genannt. Und Eve ist eine Freundin von ihr. Aber sie hat doch eine Zwillingsschwester, oder nicht? Gucken, ob die irgendwas dazu sagen. Oh ja, es gibt Einträge zu Zwillingen. Twins. Really? Are you really asking me that question? Are you out of your mind? Twins. Ist das jetzt die andere, oder was? Oder hat die sich nur umgezogen? Florence took me home with her. Florence? Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Ist die andere gestorben? Moment, mal aufschreiben. There were always princes and princesses. They were the special people. More important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we fell for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Okay, ist gut, dass ich mir echt was zum Schreiben mitgebracht habe, weil die ganzen Sachen könnte ich mir ja nie alle merken. Das hat sie nicht gesagt, aber da gibt es auch nichts zu. Also Todgeburt, Fehlgeburt, da gibt es nichts zu. Was gibt es denn zur Scheidung? Eine Sache, das haben wir schon. Das haben wir schon gesehen. Okay, wer ist Florence? Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I know you're any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. Ah, okay. She was me. Ja, ja, ja. Sie sind also getrennt voneinander aufgewachsen. Ich muss mal, ich google mal eben, was midwife heißt. Was ist denn? Kann ich da irgendeine Übersetzung sehen? Hebamme, ach so, okay. Midwife, also sie ist bei der Hebamme. Aufgewachsen, ihre Schwester auf der anderen Straßenseite. Ganz normal. Was ist hier? Kann ich das anklicken? Nee. An das Augen? War das eben auch schon da? Nee, oder? Was passiert hier? Oh, ein langes Video. Florence war eine sehr, sehr, sehr Person. Aber sie war broken, ich glaube. war eine sehr, 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 sehr. Sie haben eine große Familie, aber sie war in der Krieg, und das war damals, wenn sie für Leben war. Sie hat nie gedacht, dass sie wieder einmal war. Es ist nicht so strange. Sie war ein Widow aus der 20s. Aber ich glaube, es war anders dann. Sie war eine Frau, und sie war für Leben, und sie fühlte sich, dass sie wieder wieder heiraten können. Ich glaube, es war schwer, eine Krieg. Einer der Toten? Ich weiß nicht, vielleicht gab es noch mehr als das. Ich weiß nicht. Nein, es war nur ich und sie. Ich weiß nicht. Es war die Name, die sie zu callen, der erste Kind war. Sie haben darüber gesprochen, und sie waren zu versuchen, wenn sie wieder zurückkennen. Florence hat eine Geschichte von Firstborn Girls, so sie waren überzeugt es war eine Frau. Es ist hart zu wissen, ob das alles ist. Diese Geschichte, die ich erinnere, die ich habe, als ich ein Kind gelesen war. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Manchmal ist es schwer, dass ich nicht wissen, was letzte Woche passiert. Ich finde, sie spielt das sehr gut. Also muss ich sagen, also sie, die Schauspielerin und diese Laien-Schauspielerin oder was ist, die hat das echt, die kann das echt gut, glaube ich. So, ich gehe noch mal die Anfangsdinger durch. Da haben wir noch was über einen Unfall. Als ich acht war, hat meine Mutter sterb. Okay. Okay. Schon wieder dieses Gesicht. Okay. Haben wir eigentlich noch... Das war ganz am Anfang. Haben wir noch was zu dem Speeding-Ticket? Oh ja. Haben wir noch was? Du musst dich für Lieds sein, wenn du über 6-jährige Speeding-Tickets gehst. Okay. Das war sehr hilfreich. Danke. Wer ist Eric? 14 Entries! What the fuck? Wer ist Eric? Er war... ...eine Schraube. ... ... ... ein Turtleneck-Shirt und Jeans. Er hat eine Beine. Das ist ein sehr schönes. Das war ein Gift von seinem Boss, Eric. Er hat seinen Koffer. Ein langer Duffelkopf. Er hat das mit ihm genommen. Es ist nicht im Haus. Okay, der Code ist nicht mehr im Haus und Eric ist sein Chef. Er hat also sich eine Kreditkarte zugelegt, obwohl er das nicht so gerne mag. Okay, Diane gibt es also auch noch. Kann man jetzt nach Eric und Diane suchen? Da haben wir noch was. Da spielt sie wieder Gitarre vielleicht. Eric, you got it this year. It was a wedding on first week. Steel. It would have been Diane who chose it. She has a really nice taste. That time. You must eliminate me. I was in Glasgow then. Glasgow, okay. Noch ein neuer Hinweis. I mean, not really. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come in for dinner. That would be us returning the favour. Diane is a really good cook. Into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off Masterchef. He got the recipe of CFAX. And I did my Lloyd Grossman bit. Commenting from the sidelines. I had to find Fennel from the supermarket. Have you ever eaten Fennel? Was war Fennel noch? Fennchel wahrscheinlich. 17 Sekunden. Simon and Eric arguing? No. I can't imagine they'd be arguing. And they'd get on so well. Unless it was something to do with work. Maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. Ja, würde ich gerne. Guck mal, haben die sich gestritten? Ne, das war das. Ne, das war das. Okay. Eric ist also der Boss. Aber wir, warte mal. Können wir Eric und Watch vielleicht nochmal zusammenpacken? Ne, das haben wir auch schon. Eric und Boss. Aber da haben wir noch ein neues. Sehr schön. Okay. Ich sehe mich hin und auf den Kuchen. Das war mir einfach. Er wurde da später. Er war nicht vor. Das war nicht vor. Ich habe mir nicht vor. Er war auf den Kuchen. Er war nicht vor. Ich sah die Kuchen. Er guckte den Kuchen. Er war nicht vor. Ich bin mir übern. Er war nicht vor. Er war nicht vor. Er war nicht vor. Ich sah es denn. So I lay down on the bed And I fell asleep But I didn't mean to I woke up a couple of hours later And I was surprised to see no one in the bed next to me And then I remembered where I was And what had happened That's when Eric called again I spoke to him Then I called Simon's parents And then I decided to come and see you Is that enough? What's happened there? What's happened there, man? I don't understand it Do you have more about the car? No I thought about it About his Visa card? No About his wallet Wacket wallet Oh yeah, we have something else He has a wallet A huge, silly thing Leather Real leather, I think He packs it full of stuff Business cards Receipts Lottery tickets He always carries it in his back pocket I think that's why he's got a bad back He sets the discs I haven't seen it So he must have it on him Okay He always takes it out of his back pocket Before When he comes in If he's in the house When he comes in Is that a poor person Can that be a bad guy? Or am I gonna be confused? Hmm What was the... Huh... What's that actually? Ah, the query history! Ah, very good! I don't know, that's this What's that? Ah, okay Video subtitles Die haben wir sowieso an. Was war eigentlich am Freitag? Da haben wir noch was zu Freitag. Okay, nach dem Streit ist sie mit dem Auto weggefahren. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, da gibt es viele, viele zu Streit. Ja, das stimmt wohl. Also scheinen sich schon öfter zu streiten. Yes, he left after the argument. It was about eight o'clock. Da haben wir noch was. From when I woke up. Okay. I woke up. Simon was already up and he made me birthday breakfast of Eggs Benedict. We both had to go to work so we saved presents till later. I got to work, had some birthday cake, children's family happy birthday, then I came home. The birthday meal was a takeaway and Simon gave me his present, which I didn't mind. And after that, we talked about the baby. Turned into a big argument. Okay. Simon left, I was furious. I wanted to get as far away as I could and get some space to think. So I left. We spent the wedding night in a hotel in Brighton. It would have been too much to do more. We'd be saving for the baby. It was wonderful to be in a hotel, away from home, just alone together. Since then we've always tried to get away for our holiday. Okay. Sie wollten also ein Baby. Mit 70 hatte sie es schon versucht und es hat nicht geklappt. We couldn't afford our own place. Simon dropped out of school, went full time with the Glaciers. That was Eric's generosity. We moved in with his mom and dad. They had a spare room for us. And the baby. It became... It was a nice change. Time to myself. Living there for those months. Full of hope. Die ist doch... Sie steht zufrieden? No. I lost the baby. Oh. I had a miscarriage at eight months. We carried on leaving at Simon's parents until... But it was only a few months after. It was after dinner. I had spoken to Simon's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. I think it was something his mother had said. She'd been speaking about old stuff. Sad stuff. About when we lived there. About the baby. There's some boxes in the cellar. Nursery stuff. Stuff we never needed. And I never had the heart to throw out. I suddenly remembered that when I looked down there the week before. Those boxes. That pile. Was in the wrong place. I went cold all over. I went down there with a torch and went straight to the back. That's when I saw the bin bags. Pulled them open. Saw the body. Was? I screamed and... That's when I called the police. Was hat sie denn jetzt für eine Leiche gefunden? Was bitte? Alter, es geht ja... Es war ein Schock zu ihm. Ich meine, wir haben nie gedacht, es war möglich. Ich weiß nicht, was er... Ich meine, ich habe nicht entschieden, ob das Baby zu halten. Ich war nicht bereit, zu ihm über das reden. Was zum Teufel. Okay. Ich, äh... Muss mal in mich gehen. Und werde jetzt erstmal die ersten beiden Folgen bearbeiten und hochladen. Dass ich da jetzt von euch schon mal Feedback bekommen kann. Eure Ideen schon mit einfließen lassen kann. In der nächsten Folge dann ab morgen. Hoffe ich. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude vor. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich sage... Viel Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Her Story. Euer Ray mit LP. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.